Heute fragen wir unsere Flauconis im Büro nach ihren All-Time-Favorite-Beauty-Produkten. Mein absolutes Lieblingsprodukt ist die getönte Tagescreme Daywear von Estee Lauder. Mein Herbstprodukt ist der Nars Creamy Concealer, weil die DNA ist sagt, es ist so krisch, um die Einheit zu benutzen. Meine All-Time-Favorite-Eightwear-Fallette ist die von Anastasia Beverly Hills, die Soft Glam. Für einen natürlichen Augenbrauenbruch kann ich die NYX Marco Brow Pencil empfehlen. Also wenn es um Mascara geht, dann ist meine absolute Lieblingsmascara auf jeden Fall die von Benefit Dayoreal. Wenn ich von einem TikTok-Trennprodukt super begeistert bin, dann ist es der Nars Liquid Blush in der Farbe Orgasm. Gibt ein super schönes sommerliches Finish und ich finde der Gel einfach immer. Also wenn ich mich für einen Bronzer entscheiden müsste, dann wäre es die Bronzing Cream von Nars. Weil ich finde, dass sich grundsätzlich cremige Texturen super leicht verblenden lassen und das kann man mit dem auch so ganz besonders gut machen. Mein Lieblingshighlighter ist von Sigma, der Beaming Glow in Fairy Dust. Es gibt einen super schönen Glow, lässt sich super frisch aussehen und lässt sich einfach special fühlen. Also wenn ich in den Urlaub nur einen einzigen Lipgloss mitnehmen könnte, wäre das definitiv der Hydra Lipgloss von Kiko in Klier. , eins zu schmerzen. W , flexいます! Vielen Dank.